Das Wort kommt aus der Stille. Der Mensch kommt aus der Stille. Der Wald kommt aus der Stille. Der Erde kommt aus der Stille. Die Sonne kommt aus der Stille. Das Universum kommt aus der Stille. Und die Stille erlaubt dem Wort Stille überhaupt erst zu erscheinen. Die Stille selbst hat nichts. Die Stille selbst ist leer. Die Stille selbst ist leer. Das Selbst ist leer. Und nur das Selbst weiß etwas vom Selbst. Und alles, was in diesem Selbst erscheint, kommt und geht. Es erscheint und es vergeht. Alles, was im Selbst erscheint. In der Leere erscheint. Im Absolut erscheint. In Gott erscheint. Und um diese Leere und Liebe Gottes zu erfahren, müssen wir selbst leer werden. Wir müssen leer werden. Und diese Leere stellt sich automatisch ein, wenn wir uns ... vom Denken befreien. Wenn wir nicht denken. Wenn wir nicht denken. Wenn wir nicht denken. dieses Absichtslose, diese Liebe, diese bedingungslose Liebe ... Und um das zu erfahren, erscheint in dieser Leere das Bewusstsein. Das Bewusstsein. Und durch das Bewusstsein, welches in der Stille erscheint, in der Leere erscheint, kann sich das Absolute überhaupt erst mal selbst erfahren. Selbst erfahren. Durch das Bewusstsein. Weil ansonsten würde es absolut nichts geben. Nur Stille. Stille. Absolute Stille. Leere. Und im Bewusstsein, nicht klar, da entstehen dann die ganzen anderen Manifestationen, die ganzen anderen Formeln. Das Universum, die Planeten, die Sterne. Das Leben beginnt. Das Leben beginnt, sich zu entfalten. Es beginnt sich zu entfalten. Mit den unterschiedlichsten, in den unterschiedlichsten Formen und Varianten. Beginnt sich, in diesem Bewusstsein das Leben zu entfalten. Und das Spiel ist absichtslos. Es passiert. Es fließt. Es fließt absichtslos. Das ganze Geschehen, was jetzt dort passiert. Und es wirkt chaotisch, aber es hat irgendwie eine Ordnung. Irgendwie läuft das in einem gigantischen Maßstab ab. Und in diesem manifestierten Formzustand, der hier entsteht, ist irgendwo ein Sandkorn in der Unendlichkeit aufgetaucht. Und dieses Sandkorn ist unsere Erde. Und auf diesem Sandkorn hat sich auch natürlich im mikrobiologischen Sinne weiteres Leben entwickelt. Weil es ist alles lebt. Es lebt alles. Und ein Teil dieser Millionen, Milliarden von Formen, die wir hier auf diesem Sandkorn wahrnehmen können, davon wiederum sind wir ein kleiner Bestandteil auch. Und obwohl wir so ein kleiner Bestandteil sind, sind wir uns sehr bewusst, oder wir haben in uns drin. In unserem Herzen haben wir das Liegen, da haben wir diese Anbindung liegen. Wir wissen, wir wissen. Dass wir aus dem Nichts kommen, dass wir wissen, dass wir zum Spiegel gehören, dass wir Ausdruck der Liebe sind. Wir wissen das. Ganz tief in uns drin ist das da. Und dann haben wir angefangen uns zu identifizieren. Wir haben angefangen uns selbst zu reduzieren eigentlich. Wir haben gedacht oder wir denken, dass wir als Mensch dem Leiden der Vergänglichkeit unterlegen sind. Und dadurch kommt die Angst der Vergänglichkeit zu uns und die Angst vor dem Ende, die Angst vor dem Tod. Aber unsere Quelle, die Stille, ist immer bei uns. Sie ist immer bei uns. Und wir können immer in diese Stille gehen und wir können die Stille wieder erkennen. Wir können sie wieder öffnen in der Stille. Wir können den Zugang wieder, wir können uns wieder zulassen, dass wir still sind, dass wir stille sind. Und aus dieser Verbindung, aus diesem Zulassen, entsteht eine Rückerinnerung. Es entsteht eine Rückerinnerung, was du bist. Du verbindest dich wieder mit der Quelle. Du verbindest dich wieder mit dem Absoluten, wo du herkommst. Und auf einmal wird aus dir, der es zulässt, dass die Stille da sein darf, wird aus dem kleinen Mensch, der sich das gerade so alles zurecht denkt, was hier passieren soll und wie das alles laufen soll und die Zukunft im Blick hat und die Vergangenheit im Genick. Und seine ganzen Schmerzen, seine ganzen Prägungen, seine ganzen Pläne. Ja, wir erkennen, dass wir dann über die Stille wieder nach Hause kommen, weil es dort friedlich ist. Es ist friedlich. Und da wir da zurück in unseren natürlichen Zustand gehen, fühlt sich das für uns sehr vertraut an und sehr ruhig und sehr frisch aber auch. Wir kehren zurück in diese Unschuld. Und nichts mehr da ist. Nichts. Und können dann aus dieser Unschuld heraus wieder neu erschaffen. Aber mit dem Wissen, dass das unsere Quelle ist. Und deswegen bin ich oft auch mit dem Reden so, weil ich möchte sparsam umgehen auch mit diesen Worten. Weil das Wort die Stille durchbricht. Der Finger, der zum Mond zeigt, ist nicht der Mond. Diese Zenweisheit, die deutet praktisch auch darauf hin, dass die Worte nicht das sind, was gemeint ist. Es ist im Grunde genommen eine Hilfestellung, dich zu erinnern, dich selbst in die Stille auch zu führen. Zurück nach Hause zu führen. Mit etwas, was in der Stille schon erscheint. Also es ist schon zweite Klasse. Es ist schon zweite Klasse. Und dass wir uns zurückerinnern und dass wir wieder dorthin fallen, dorthin uns hingeben. Braucht es ein Sehen. Ein Sehen der Dinge, die uns davon abhalten. Also im Grunde genommen ist es eher ein Ausschlussverfahren. Wir lassen alles los, um letztendlich die Stille wieder zuzulassen. Weil, wenn alles losgelassen ist, wenn kein Gedanke mehr da ist. Wenn keine Zukunft mehr da ist. Wenn keine Vergangenheit mehr da ist. Keine Wut. Keine Trauer. Kein Links. Kein Rechts. Keine Dualität. Kein Wort. Kein Geräusch. Kein Mensch. Kein Fehler. Dann ist das andere trotzdem noch da. Aber durch dieses Wissen erscheint alles im rechten Licht. Ich kann immer auf diesen Beobachter hinweisen, weil der Beobachter ist eine sehr starke Position. Und wenn man diese eingedommen hat, dann ist schon Raum entstanden zwischen den kleinen formgebundenen Menschen und der Stille, wo wir sind, ist schon Raum entstanden. Das heißt, der Beobachter sieht schon den kleinen formgebundenen Menschen und kann sozusagen schon einen Teil in der Stille aufgehen. Weil auch der Beobachter kann gesehen werden, aber der Beobachter ist der erste Punkt. Wenn man den hat, dann sieht man schon, dann fühlt man schon, dann merkt man schon, hier ist Raum, hier ist Platz, hier ist viel Platz. Und da ist auch sofort ein Effekt da. Sofort fühlt man sich leichter. Man fühlt sich leichter, weil man merkt, es ist nicht nur das Ding da, der Mensch, sondern es ist da viel Raum um den Menschen herum. Du wirst zu dem Raum. Der ist dem Menschen und allen anderen Sachen erlaubt zu sein. So. Und das schafft innerlich schon für dich, ist der Schritt hinein in die Stille, die du bist. Und du machst das nicht nur mal 10 Minuten, sondern du machst das vielleicht tagelang, tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang. Sitzst du in der Stille mit dir und beobachtest. Und je länger du das machst, je mehr wirst du zur Stille. Du wirst zum Beobachter des Geschehens. Du wirst zum Raum. Du wirst zum Raum. Und der Mensch, der du bist, der sich ausdrückt, der hier ist, um sich auszudrücken, wird von diesem Raum gespeist. Wird von dem Raum gespeist. Und da der Raum näher an der Stelle ist, wird der Mensch liebevoller. Der Mensch wird liebevoller. Mit mehr Mitgefühl. Er kommt näher hin zu dieser bedingungslosen Liebe auch. Und zu diesem Sein. Und zu diesem Sein lassen. Weil diese friedliche Stille, der Hauch der Stille durch dich in diese Welt kommt. Und die Stille, die du sein kannst, die... Dort gibt es keine Zeit, keine Zukunft, keine Vergangenheit. Keine Angst. Keine Zweifel, keine Wut, keine Krankheit. Kein Anfang, kein Ende. Weil, wenn du weißt, dass du Leben bist, dass... dass... dass du endlos bist... dann... verschwindet die Angst vor... vor dem Etwas. Weil du bist nichts, du bist Leere. Und Leere... kann nichts etwas anhaben. Und trotzdem sind wir im Kreislauf drin. Wir sind im Kreislauf drin. Bewusstseins, der Formen, des Spiels, des Kommens und des Vergehens. Wir sind im Kreislauf drin. Aber... wir leiden nicht darunter, weil wir uns nicht nur mit dem Körper identifizieren, der diesem Kreislauf des Kommen und Gehens unterworfen ist. Dieser Körper wird in dieser Form nicht ewig halten. Aber das, was du bist, die Stille, in der dieser Körper gerade erscheint, diese Stille ist unantastbar. Ist unantastbar. Und wenn du diesen Friede, diesen Friede Gottes erfahren hast, dann... bedarf es keiner Worte mehr. Es bedarf keiner Worte mehr, weil... kein Wort... könnte das beschreiben. ... Vielen Dank.